Die Männer, denen das angetan wurde, haben allen Grund, sauer zu sein. Denn du hast allen Grund, zu grübeln, nachzudenken, an allem zu zweifeln, was du gerade nicht hinbekommst. Sei es mit der Frau, die du unbedingt von dir überzeugen willst oder beim Arbeitsplatz, weil du nicht Grenzen aufzeigen kannst. Dieses ganze Zweifeln, mein Lieber, muss ich dir allerdings auch sagen, das ist nicht dein Zweifeln. Du hast gar keinen Grund, so viel zu zweifeln. Du hast überhaupt keinen Grund zu zweifeln. Du weißt jetzt schon, wie man eine Frau erobert, du weißt jetzt schon, wie man attraktiv ist, du weißt jetzt schon, was Unabhängigkeit ist. Du weißt, wie du eine Partnerin bekommst, für die es sich lohnt zu kämpfen, mit der du für den Rest deines Lebens gerne zusammen sein möchtest. Das weißt du alles. Der Zweifel, der kommt nicht von dir. Den hat dir jemand eingebläut. Der kam nämlich schon seit du klein warst, aus anderen Ecken, die dir gesagt haben, das macht man nicht, pass auf, das ist keine Spielecke. Benimm dich. Und das Schlimmste, du störst. Was diese ganzen Sätze mit unserem Unterbewusstsein angerichtet haben, das spürst du heute. Wir werden in dieser Folge natürlich auch darüber reden und den Finger einmal dorthin zeigen, wo er wirklich auch hingehört und nicht mehr auf dich, weil du glaubst die ganze Zeit, es sei deine Schuld, aber es ist nicht deine Schuld. Und herzlich willkommen im Freundinnen-finden-Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Das ist der Podcast für Männer mit Herz. Wir gehen hier in die Tiefe, wir bleiben nicht nur an der Oberfläche. Mit dabei unser geschätzter Kollege, unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Diese Folge, wie Andy schon sagt, wird den Finger genau dahin zeigen lassen, wo er hingehört und es wird etwas sein, was endlich mal ausgesprochen werden darf. Deswegen, lass uns keine Zeit verlieren. Du hattest ja jetzt gerade ein Gespräch vor unserem, vor dieser Podcast-Aufnahme, die wir hier machen, Andy. Und lass uns gerne mal genau darüber sprechen, weil es ging um ein ganz, ganz großes Thema, was glaube ich so viele der Männer, die uns zuschauen, die den Podcast hören, die wir auch seit Jahren, 14 Jahren im Coaching betreuen. Hattest du jemanden in der Flirt-Analyse? Was lief da ab? Genau, ja. Dieser Mann kam in die kostenlose Flirt-Type und Chaos-Analyse und wollte eigentlich nur ein paar Tipps bekommen für seine Situation, die er zum wiederholten Male mit einer Arbeitskollegin gerade erfahren hat, die ihm keine wirkliche Aufmerksamkeit schenkt. Und er möchte gerne, dass sie seine Annäherungsversuche erwidert, dass er auch, wenn er überhaupt wüsste, dass sie ihn mag, dass er dann auch weiß, aha, das sind die genauen Signale, jetzt weiß ich, sie mag mich und jetzt kann ich auch agieren. Und da hat er einfach gerade sehr viele Fragen gehabt und wollte gerne wissen, was kann ich in der Situation machen, was mache ich denn da, was mache ich da. Das Problem ist, dass wir sehr schnell natürlich erörtert haben und dass die meiste Zeit das Problem ist, es fehlt nicht an den richtigen Tipps. Und du hast schon die ganzen Infos, also im Englischen sagt man at your fingertips, du hast sie alle schon zur Verfügung. Das Internet ist voll von Tipps. ChatGPT gibt dir Tipps, du kriegst überall Tipps. Aber was bringen dir die ganzen Tipps, wenn du so an dir zweifelst oder weißt du, du zweifelst ja, es gibt ja mehrere Quellen, an denen du zweifeln kannst. Du kannst an den Tipps zweifeln, du kannst an der Quelle der Tipps zweifeln, du kannst daran zweifeln, dass sie bei dieser Situation mit dieser Person funktionieren würden. Und das Schlimmste, du kannst an dir selber zweifeln. Du kannst zweifeln, dass du das einfach nicht hinbekommen wirst, weil du es in der Vergangenheit nicht hinbekommen hast und dass selbst mit den besten Tipps der Welt du es nicht hinbekommst. Und das nagt natürlich extrem an dem Selbstbewusstsein, weil du effektiv dann an dir selber zweifelst, ob du es überhaupt jemals schaffst. Und dieses Urteil, das du dir selber gibst und dass dann vielleicht die eine Frau oder die zwei Frauen in der Vergangenheit, die dich abgelehnt haben, wo es richtig weh getan hat, wir werden ja alle öfter abgelehnt, aber diese Ablehnungen, die halt richtig weh getan haben, die siehst du dann als stellvertretende Ablehnung von allen Frauen auf dem Planeten, dass keine Frau jemals mit dir zusammen sein möchte. Aber das waren keine. Als wäre die eine Frau, die zwei Frauen, als wären das die Botschafterinnen der Frauen auf diesem Planeten. Und genau diese beiden wissen ganz genau, wie das Ganze funktioniert oder auch generell, auch dieser Gedanke generell, den viele Männer haben. Frauen wissen absolut, wie Verführung, wie Flirten funktioniert, deswegen unterwerfe ich mich dem einfach und folge einfach der Anleitung der Frau oder schaue einfach, ob die Frau das gerade witzig findet, was ich sage oder nicht, anstatt halt so das erstmal einfach nur zu sehen, wie es gerade ist. Sie ist halt eine Frau und sie hat halt eine Meinung, genauso wie jeder Mensch halt nur eine Meinung hat und nicht die Meinung sämtlicher anderen Menschen vereint. Und daher, also einfach, das beobachte ich halt sehr oft bei den gleichen Männern, dass sie halt so nicht nur die Ablehnung einer Frau als Gesamtweiblichkeit lehnt sie ab sehen, sondern auch entsprechend so, wenn einer Frau das nicht gefällt, was ich tue, was ich sage, wie ich bin, dann muss das ja bedeuten, dass ich generell für Weiblichkeit nicht interessant genug bin, niemals irgendwie eine Beziehung haben könnte. Ja, aber am Ende ist es retikuläres Aktivierungssystem, wir sind auf das eingeschossen, was wir sowieso schon glauben, wie die Welt aussieht und dann finden wir auch immer mehr Beweise dafür, wie die Welt in unseren Augen schon längst ausgesehen hat und das ist halt das Verrückte, weil jeder von uns hat auch schon Frauen abgewiesen, beachtet diese Realität aber überhaupt nicht, sieht das einfach nicht als relevant. Weil dann sagen wir, selbst wenn wir graben, graben, graben und dann irgendwann, ach ja, stimmt, aber gut, ja, ich hatte halt kein Interesse an der. Ja, Moment mal, da hatte jemand Interesse an dir und du hattest kein Interesse an ihn. Ja, schon, aber das zählt ja nicht, weil, keine Ahnung, sie war halt irgendwie sehr übergewichtig. Weil du hattest ja das Interesse nicht. Ja, richtig, sie war halt nicht mein Typ, also zählt das ja nicht. Aber stopp, stopp, du schmeißt einen kompletten Datensatz weg. Aber warum machst du das? Nicht, weil er nicht relevant ist, er ist sehr relevant. Er beweist nämlich, dass die These, ich bin nicht attraktiv genug, ich werde niemals eine Partnerin finden, Bullshit ist. Das widerlegt diese These. Aber du schmeißt es trotzdem weg und du machst das, weil es die Weltanschauung unterstützt, dass du nicht attraktiv genug bist, dass du nicht liebenswert genug bist. Und wodurch natürlich du noch weniger solche Anzeichen von Frauen wahrnimmst. Selbst wenn dann die Frau, auf die du stehst, dir schöne Augen zuwirft, aber halt schüchtern ist, dann siehst du es nicht und du siehst die Signale nicht. So wie der Sebastian, mit dem ich gesprochen habe, der sieht die Signale nicht. Er weiß nicht mal, was Signale sind, wenn eine Frau Interesse hat. Er weiß nicht, wie subtil Frauen Interesse zeigen. Und Frauen zeigen Interesse manchmal ein bisschen offensiver, aber meistens extrem subtil. Und das ist der Tanz, das ist einfach dieser Tanz, den du vielleicht jetzt gerade noch ablehnst, weil du ihn nicht verstehst, aber es ist ein wunderschöner Tanz, wenn du ihn verstehst. Wenn du ihn tanzen kannst, dann macht nichts mehr Spaß, als mit der Frau, die du magst und die dich mag, das Spiel der Geschlechter zu spielen und miteinander zu flirten und in dieser Welt zu leben von, er mag mich, er mag mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Daraus besteht der ganze Vorgeschmack auf das, was dann im Schlafzimmer auf euch wartet. Es ist dieses, dieser sexuelle Tanz aus Interesse und Unabhängigkeit, was dann eben explodiert, wenn ihr euch beide dann endlich fallen lasst und euch einander hingebt. Jagen und gejagt werden. Es gibt so viele altertümliche Konzepte daraus, die in die Extreme gebracht wurden, pervertiert wurden, wodurch dann eben heutzutage sehr wohl auch zu Recht viele Menschen auch angeprangert werden, weil sie es halt in die Extreme gezogen haben und gesagt haben, ja, also eine Frau ist quasi mein, ja, was sagen da manche Verrückten, die sagen dann vielleicht, dass die Frau sei ein Eigentum und dann brauchst du sie halt einfach nur einmal zu heiraten und dann gehört sie dir angeblich. Und dann auf der anderen Seite sagen andere Leute komplette Unabhängigkeit, niemand gehört dir und ich werde niemandem hinterherrennen und niemandem soll irgendjemandem hinterherrennen und wir leben einfach nur vor uns selber hin und dann irgendwann per Zufall fällt dir dann der Partner in den Schoß, aber das stimmt halt auch nicht. Die Wahrheit ist, wir haben Bedürfnisse und es ist keine Schande, Bedürfnisse zu haben. Es ist allerdings auch nicht okay, wenn du deine Bedürfnisse verschweigst oder verheimlichst und wenn du dann irgendwann die Bedürfnisse doch rauslässt, indem du ein klärendes Gespräch mit der Arbeitskollegin führen möchtest oder ihr einen Brief schreiben willst, dann geht es schief. Dann geht es schief, weil du hast es die ganzen Jahre über nicht richtig gemacht und dann ist der, das Fass kommt jetzt zum Überkochen und der Deckel springt runter und dann machst du was Falsches. Deswegen müssen wir lernen, wie wir es richtig machen, wie wir Interesse zeigen, indem wir Unabhängigkeit als Basis etablieren. Wir sprechen davon in fast jeder Folge, seit zehn Jahren und mehr. Seit Jahren sage ich seit zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir jetzt mittlerweile coachen. Es sind mehr als zehn Jahre for sure. Aber diese Unabhängigkeit, die ist die Basis von jeglicher Kommunikation. Wenn ich Interesse an einer Frau habe, dann werde ich ihr nicht einfach nur den Hof machen, in der Hoffnung, dass sie mir ihre Liebe erwidert. Das ist, wo die Problematik damit reinspielt, wo es anfängt, nicht zu klappen. Ich werde ihr den Hof machen aus einem einzigen Grund. Nicht, weil ich hoffe, dass sie dann zu mir findet oder dass sie mich zurück mag, und mir ihre Nummer gibt, dass sie mir dann irgendwie ein Zeichen von Interesse gibt oder all der Quatsch. Nein, nö. Das geht mir alles am Arsch vorbei. Ich sage das wirklich jetzt mal ganz konkret, ganz, ganz hart ausgedrückt. Geht mir am Arsch vorbei, ob sie mich will oder nicht will. Hier ist, was ich will. Ich will mir abends in den Spiegel gucken. Ich will am Ende meines Lebens am Sterbeblatt liegen und sagen können, ich habe es richtig gemacht. Ich habe immer zu mir eingestanden. Ich bin der Mann, zu dem andere auch heraufschauen können, weil ich weiß, was ich will und ich sage dann auch, was ich will und ich stehe dazu. Okay, das ist das Einzige. Das ist prozessorientiert. Und diese Frau gefällt mir, dann werde ich ihr das sagen, dann werde ich ihr das irgendwie kommunizieren. Das kann ganz direkt sein, kann aber auch, wie gesagt, sehr subtil sein und im Spiel des Flirts ganz wunderschön smooth rüberkommen. Wie, ist eine andere Frage. Darüber reden wir oft, darüber reden wir auch im Coaching bei uns. Aber jetzt geht es nur um das. Persönliche Stilfrage. Korrekt. Wie selber du als Charakter bist. Deswegen ja flirtanalyse.de, wo wir ganz genau herausfinden, wie du halt bist im Flirt. Wie du als Person wirkst und was halt der beste Ansatz für dich ist. Vielleicht ist es ja gut für dich, einfach direkt straightforward ihr zu sagen, du gefällst mir. Und vielleicht halt nicht. Vielleicht funktioniert genau das für dich nicht. Und da gibt es halt unendlich Nuancen zwischen. Und es ist wichtig halt für uns, unseren eigenen Weg zu finden. Deswegen funktioniert es auch nicht irgendwie, wenn wir dir hier irgendwelche Sprüche sagen und du die kopierst, weil du bist nicht Dominik, du bist nicht Andi. Du bist auch nicht der Typ Schmetterling43 aus dem Forum, der diesen Einspruch gesagt hat. Oder der YouTuber XY hat das gesagt. Also du bist halt du. Und deswegen ist es halt ganz wichtig herauszufinden, wie du wirkst, was deine Stärken sind. Und dazu ist es halt wichtig, dass du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du eigentlich willst. Richtig. Welcher Flirttyp du bist. Du kannst der verkopfte Typ sein. Du kannst aber auch der Typ sein, der eigentlich sehr leichtherzig ist. Es gibt innere Zustände, die wir manchmal sehr, sehr schnell beeinflussen können, um in einen Zustand reinzukommen, der sehr hilfreich ist für einen Flirt. Das erfordert nicht viel Arbeit. Das sind Gewohnheiten, die du über Monate etablierst. Deswegen, Coaching bei uns geht nicht nur über ein Wochenende, sondern ist immer über mehrere Monate gestaffelt, weil wir diese Gewohnheiten etablieren wollen. Aber, und noch ein paar Sätze zu den Flirtsprüchen. Die meisten Flirtsprüche, die du irgendwo liest, die funktionieren und sie funktionieren nicht. Der Unterschied liegt darin, dass du daran Spaß findest, sie auszuprobieren. Und du probierst sie aus, weil du gerne die Flirtsprüche ausprobieren willst. So, ich muss das nochmal wiederholen, weil das hört sich an wie, ja, ist doch klar an die, hey, was hast du gerade für einen sinnlosen Satz gesagt. Stopp, stopp. Der Unterschied, warum ein Flirtspruch aus dem Internet nicht funktioniert und warum er funktioniert, ist, weil Person A, wo es nicht funktioniert, will, dass der Flirtspruch bei der Frau gut ankommt. Er will ihn nutzen, damit die Frau ihm auf einmal schöne Augen macht und ihn in einem anderen Licht sieht. Er will ein Resultat, er will ein Ergebnis damit erzielen. Darum funktioniert das nicht. Aber der Mann, der den Flirtspruch ausprobieren will, weil er es spannend findet, Flirtsprüche auszuprobieren, dem funktionieren sie auch eher. Warum? Weil Flirtsprüche ausprobieren ist ein Prozess. Da bist du nicht abhängig von der einen Frau. Du machst quasi ein soziales Experiment. Du möchtest das 10, 20, 30, 50 Mal ausprobieren. Und zum Schluss sagst du dann, ah, das war tendenziell ein bescheuertes Spruch, kam nicht gut an. Aber ein paar Mal kam es richtig gut an. Aber der Spruch hat besser funktioniert. Der Mann hat mehr Erfolg, verstehst du? Der sie einfach nur ausprobieren will, weil er einen Prozess... Korrekt, ganz genau. Das ist der Prozess... Damit ist es halt im Moment. Exakt, es ist präsent. Du hast Lust darauf, du folgst dieser Lust. Und es ist nicht eine rationale Abhängigkeit von einem Ergebnis. Ich will, dass sie mich mag. Ich will, dass es funktioniert. Darum funktioniert es halt nicht. So, um aber noch wieder zurückzukommen. Dieses ganze Wie ist nicht die Frage. Die Frage ist das, warum machst du das? Machst du das, weil du diese Ergebnisse brauchst? Oder machst du das, weil du an dich glaubst? Und wie ich gesagt habe, wenn ich einer Frau den Hof mache, dann ist mein Warum und warum ich am Ende meines Lebens auf dem Sterbebett liege, um dann zu sagen, ich bin stolz drauf. So, ich habe Fehler gemacht, aber ich bereue sehr wenig. Ich habe immer das gemacht, woran ich geglaubt habe. So, das ist ein Anspruch. Wir können dem nicht 100% gerecht werden. Aber den Anspruch, den habe ich. Und aufgrund dessen werde ich im Hier und Jetzt, 40 Jahre bevor ich, 50 oder 60 Jahre bevor ich den Planeten verlasse, möchte ich jetzt schon, hoffentlich, möchte ich jetzt schon dafür sorgen, dass ich diesem Ideal später gerecht werde. Verstehst du, es ist ein Prozess. Ich möchte einen Prozess folgen, auf den ich vertraue. Ein Prozess, dem ich glaube. Deswegen mache ich ihr den Hof. That's it. Das ist der einzige Grund. Das ist der Grund. Und deswegen scheint es dann auch besser zu funktionieren. Weil die Frau halt merkt, oh, der will ja gar nichts von mir. Krass. Und das sind die kleinsten Nuancen. In den Augen, in deiner Statur, in der Pause, nachdem du sprichst. Die meisten Männer, wenn sie einer Frau... Wenn ich faken. Ja, wenn... Du kannst es faken, aber es funktioniert dann halt nicht. Wenn du eine Frau ansprichst, auf der Straße. Du hast sie gerade gesehen und du fandest sie wunderschön. Allein das ist ja schon ein Riesenschritt, wenn du dich das traust. Um da überhaupt hinzukommen, müssen wir erst mal in diese Leichtigkeit kommen. Step by Step. Also bei uns im Coaching, da wirst du nicht direkt auf die Straße gejagt. Das macht gar keinen Sinn. Da wirst du vielleicht irgendwie direkt traumatisiert. Weil du bist ja noch gar nicht bereit dazu, diese ganzen Prozesse zu verstehen. So wie halt auch etwas, was du möchtest, auch funktionieren kann, eben weil du nicht in dieser einen Instanz das Ergebnis willst, sondern über einen langen Zeitraum einen Prozess hinweg vertraust. Okay. Und diese Person, der du dann auf der Straße das Kompliment gibst, wenn du dann soweit bist. Bei uns im Coaching kommt das so nach drei, vier Wochen. Besser gesagt nach fünf Wochen. Aber es ist ein Prozess. Kommt auch drauf an. Wenn du dann dieser Person mal ein Kompliment zum Beispiel gibst, dann kann es sein, dass diese Person komplett anders reagiert, als du dir das jemals vorgestellt hast. Komplett anders. Sie gibt dir auf einmal die Aufmerksamkeit, die du vorher noch nie bekommen hast. Es kann sein, dass sie dich anschaut und halt wirklich abwartet, weil sie sich wundert. Okay, ist er wieder nur irgend so ein Typ, der mir das einfach nur gesagt hat? Oder erkenne ich gerade was in ihm, das anders ist, wenn du einem Prozess folgst, mein Lieber, wenn du das einfach nur tust, weil du dich verbessern willst, weil du der Mann werden willst, der irgendwann später, wenn er dann in der Horizontalen liegt und das Zeitliche segnet, stolz auf sich sein kann, dann merkt sie das in dem Moment. Sie merkt, krass, der will gerade nichts von mir, der wollte gerade einfach nur seine Wahrheit aussprechen. Anscheinend findet er mich wirklich wunderschön. Und dann fühlt sie sich auch gewertschätzt. Dann landet das Komplimente auch. Das ist ein großer Unterschied. Ein riesen Unterschied. Die Männer, die einfach so versuchen, eine Frau zu bezirzen, die labern auch am laufenden Band. Das merkst du. Wir merken das, weil wir das ja schon seit Jahren machen. Wir erkennen ja schon direkt, auch wenn wir mit dir in der Flirt- und Charisma-Analyse sprechen, wo da die Probleme sind. Du brauchst da manchmal einfach jemanden, der deinen blinden Winkel anschaut, deinen toten Winkel sieht und dann einfach erkennt, das und das und das und das und das. Stell das ab, stell das ab, das kannst du besser machen. Das hier kannst du schon sehr gut weitermachen. Ach wirklich, wusste ich noch gar nicht. Ja, kannst du weitermachen. Diesen Leitfaden, den geben wir dir in der Flirt- und Charisma-Analyse. Aber wie die Männer, die noch nicht mal wissen, was sie gut machen und was sie schlecht machen, einfach mit Frauen reden, ist manchmal echt erstaunlich. Weil sie denken, dass sie was Interessantes sagen und dass sie vielleicht sich selber profilieren gerade. Aber sie reden zum Beispiel ohne Punkt und Komma, so wie ich gerade. Und jetzt habe ich den Fehler korrigiert. Und sie setzen keine Pause dort, wo auch mal etwas landen darf. Und wenn du zum Beispiel einer Frau ein Kompliment gibst, dann brauchst du nicht direkt danach fragen, wer sie ist, woher sie kommt und was sie gerade macht und wer du bist und stellst dich vor. Weil wenn du das machst, dann merken Leute, er ist nervös. Er versucht gerade, seine Nervosität zu überspielen, indem er labert, labert, labert. So, machen wir nicht. Manchmal reicht auch wirklich nur ein Hi. Und die Pause danach ist, was die Anziehung auslöst. Weil du eben beweist, dass du nichts weiteres brauchst. Dass du okay in deiner Haut bist und du einfach Hi sagen wolltest. Du gibst ihr die Chance, sich an dem Tanz zu beteiligen. Du kannst keinen Tanz hören, wenn du eine Frau nimmst und einfach, jetzt mach, was ich dir sage. Vergiss es, da hat keine Frau Bock drauf. Sie muss Bock drauf haben, mit dir zusammen zu tanzen, mit dir zusammen zu flirten, mit dir zu schlafen. Und erst wenn sie Bock drauf hat, dann wird es auch Spaß machen und wird es auch überhaupt erfolgreich sein. Deswegen, weniger ist mehr. Das Wie ist gerade nicht so wichtig. Es ist wichtiger zu verstehen, warum machen wir das. Und wenn wir vom Warum sprechen, Dominik, dann sollten wir vielleicht jetzt wirklich einmal eintauchen, hier nach 20 Minuten Podcast-Folge, warum du eigentlich diese Zweifel wirklich hast. Woher die kommen aus der Vergangenheit? Das Thema Zweifel ist so ein interessantes Thema. Weil, also deswegen, wir können ja gar nicht zweifeln. Also Zweifel existieren eigentlich gar nicht. Weil das, was wir als Zweifel beschreiben, ist hundertprozentige Überzeugung darin, in einem der beiden Wege. Also es gibt halt Weg A, den möchten wir gerne haben. Wir möchten gerne, dass wir ganz selbstbewusst auf die Frau zugehen und sie uns mag. So, das ist Weg A. Und es gibt Weg B, den Weg, den wir nicht so gerne haben, wo wir unsicher sind, wo die Frau uns gemischte Signale sendet, wo wir dann immer weiter, nicht weiter wissen. So, das ist der Weg, Weg 2. Und immer, wenn wir zwei Wege haben, das nennen wir Zweifel. Also kommt auch aus dem anderen Begriff, den du vielleicht kennst, auf Deutsch, Zweifalt. Also es gibt halt zweifältige Wege entsprechend. Daher kommt Zweifel. Es bedeutet auch, wenn wir ganz etymologisch noch weiter zurückgehen, bedeutet es, zwei Meinungen, zwei Gehirne zu haben. Das eine Gehirn will das, das andere Gehirn will das. Und genau, also es gibt daher kein Zweifel per se, wenn wir es auf dieser Ebene betrachten. Weil es gibt halt einmal die nullprozentige Überzeugung, das Weg A, der gute Weg, den du möchtest, dass der jetzt passiert. Und es gibt die hundertprozentige Überzeugung, das Weg B, den du nicht willst, dass der jetzt passiert. So, es ist entsprechend, das, was wir als Zweifel beschreiben, ist hundertprozentiges Vertrauen und hundertprozentiges Selbstbewusstsein in etwas, was wir nicht wollen. Und glauben halt entsprechend, dass das eintreten wird und wir keinerlei Möglichkeiten haben, daran irgendetwas zu ändern. Das heißt, wenn wir zweifeln, zweifeln wir nicht an allem anderen, sondern wir zweifeln immer nur daran, ob wir gut genug sind. Also wir zweifeln halt nicht an der Message, wir zweifeln nicht an der Quelle der Message, wir zweifeln nicht daran, also an dem Tipp zum Beispiel. Wir zweifeln auch nicht an, woran können wir noch zweifeln? Wir haben es am Anfang gerade noch gesagt, also nicht an dem Tipp per se, an der Quelle des Tipps. Du zweifelst daran, ob es bei der Person klappt, ob das die richtige Person ist, bei der das funktioniert. Oder ob du das überhaupt hinbekommst. Genau, ob es für deine Situation der richtige Umgang ist und so weiter. Woran wir am Ende des Tages zweifeln, ist daran, ob wir es verdient haben. Es ist eine Selbstwertfrage, ob wir gut genug sind. Das ist entsprechend, was wir als Zweifel beschreiben. Und damit, wenn wir Zweifel haben, haben wir einhundertprozentige Überzeugung darin und Vertrauen darin, dass wir nicht gut genug sind. Dass wir sowieso nichts ändern können und dass die Situation Gott gegeben ist und dass es immer so bleibt. Und den Zweifel spüren wir nur dann, wenn wir das Verlangen haben, aus diesem gottgegebenen, in Anführungszeichen, aus der gottgegebenen Situation ausbrechen zu wollen. Dann spüren wir Zweifel. Und dann ist die Frage, woher kommt dieser Zweifel? Wo spüren wir ihn? Was ist die Funktion in uns, die diesen Zweifel produziert? Und das ist Überraschung, Überraschung. Also wenn du langjähriger Podcast-Folger, Hörer bist, dann wirst du wissen, dass ich jetzt das Wort Ego sagen werde. Dieser kleine Teil, dieser uralte Teil in uns, der ist dazu da. Seine komplett neutrale Funktion ist es, uns am Überleben zu halten. Uns vor Gefahrensituationen zu beschützen. Und was ist eine Gefahrsituation? Das ist eine Situation, die nicht bekannt für dich ist. Bekanntheit, das ist der große Faktor da drin. Bekannt bedeutet, es ist für Menschen eher annehmbar, ihr Leben, auch wenn es noch so blöd ist, noch so einsam ist, so wenige Freunde, so wenige Frauen, die sie in ihrem Leben haben, vielleicht ganz wenig Geld, das sie haben, oder gesundheitlich irgendwie eingeschränkt sind. Das ist alles bekannt und das ist ein Leben, worunter sie leiden. Und dieses bekannte Unglück ist für das Ego besser als das unbekannte Glück. So selbst wenn du weißt, also wie Andi auch gerade schon gesagt hat, wir leben im Informationszeitalter. Du kannst, jedes Problem, das du hast, kannst du lösen. Die Informationen sind da draußen. Also es gibt im Prinzip keine Ausrede mehr. Es ist nicht zu versuchen, es gibt keine Ausrede mehr. Die Ausrede von, ich weiß es nicht, ist, du hast einen Computer gerade vor dir, der mächtiger ist, zehnmal so mächtig, glaube ich, wie der Computer, der zur Mondlandung benutzt wurde. Und alle Informationen sind vor deinen Fingerspitzen, direkt vor deiner Nase. Es ist nur eine Suchanfrage entfernt und du hast dein Problem gelöst. Der Grund, warum du es nicht machst, ist, und auch entsprechend dann, also nicht machst oder nicht anwendest, halt in irgendeiner Weise die Manifestation in der Realität, dass sie nicht passiert, diese Manifestation, ist, weil das Ego nicht möchte, dass du dieses unbekannte Glück manifestierst. Weil ein glückliches Leben ist für das Ego nicht tragbar, wenn es unbekannt ist. Das Ego mag lieber Bekanntheit als Unbekanntheit. Das ist der Grund, warum wir immer wieder, also warum es nach, das meint es nicht böse. Also du bist nicht dein einziger Feind. Oder dein einziger Feind, dein, 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 du bist nicht dein Feind. Das Ego meint es halt nicht, meint es nicht böse. Es ist einfach eine komplett neutrale Funktion. Aber wir müssen klüger sein als das. Und mit müssen klüger sein ist entsprechend gemeint, zu sagen, ich spüre gerade, dass ich hier einen Widerstand habe. Ich weiß, dass dieser Widerstand, oder ich lerne gerade vielleicht, dass dieser Widerstand nicht ich bin. Ich lerne gerade, dass diese Emotionen von Widerstand, dass diese Gedanken von Widerstand, das bin nicht ich. Das ist komplett normal, das ist diese Millionen Jahre, 100 Millionen Jahre alte Echse in meinem Kopf. Also das Ego entsprechend stammt aus dem Reptilienteil unseres Gehirns. Daher wird es auch immer wieder als Echsengehirn und so bezeichnet. Dass diese 100 Millionen Jahre alte Echse in mir gerade rebelliert, weil es etwas Unbekanntes tun muss. Und unbekannt könnte Gefahr bedeuten, könnte Tod bedeuten. Deswegen bleibe ich lieber in meinem bekannten Unglück. Deswegen bleibe ich in meinen Routinen, in meinen Gewohnheiten. Und das ist auch vollkommen verständlich, weil wenn du dir vorstellst, so 100 Millionen Jahre zurück, hunderte Millionen Jahre zurück, Dinosaurier hatten ganz kleine Gehirne im Vergleich zu ihrer Körpergröße. Warum? Weil entsprechend es, also warum, weiß ich jetzt nicht genau, ich bin kein Paläontologe, aber das Gehirn ist der zweitgrößte Energieverbraucher in deinem Körper. Ich glaube, auf Platz 1 ist die Leber und dann kommt das Gehirn. Und denken, neue Verhaltensweisen zu etablieren, das verbraucht Energie. Deswegen folgen wir ja so gerne. Deswegen haben wir ja so schnell Routinen in unserem Leben. Es ist so leicht, sich bequem aufs Sofa zu sitzen und eine Tüte Chips jeden Abend zu essen. Das ist so leicht. Und genauso leicht ist es aber, beziehungsweise ist es ein bisschen schwerer, weil du dich ein bisschen mehr aufwenden dafür musst, aber genauso leicht ist es eine andere Gewohnheit zu erschaffen, wie zum Beispiel Sport zu treiben. Dazu musst du dich halt ein bisschen mehr aufwenden. Das mag das Gehirn erstmal nicht so gerne. Es mag die Ruhe, es mag Energie nicht verbrennen oder verbrauchen. Es mag gerne Energie behalten, weil wer weiß, wo halt das nächste Mal Nahrung kommt. Wir müssen darum kämpfen, für unser Gehirn, das in einer Blackbox, unser Ego, das in einer Blackbox sitzt. Also unser Ego ist nicht unser komplettes Gehirn, ein Teil unseres Gehirns. Wir sitzen in einer Blackbox und es weiß nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der wir im Überfluss sind. Und es denkt, es sieht irgendwas Zuckerhaltiges, es isst etwas Zuckerhaltiges und denkt sich, okay, das muss ich jetzt alles sofort essen. Ich muss jetzt die ganze Tafel Schokolade sofort essen, weil wer weiß, wann es wieder Energie gibt. Aber die nächste Tafel Schokolade wartet halt im Schrank auf dich. Das heißt, du hast dann direkt 1000 Kalorien in dich reingeschaufelt. Und die Tafel Schokolade ist ja nicht nur die Tafel Schokolade, damit ist auch die Frau gemeint. Da ist diese eine Frau, die jetzt mir Interesse zeigt, wo ich eine Chance habe, da muss ich jetzt zuschlagen. Und dann schlage ich halt zu und dann schlage ich halt komplett zu. Genau, da muss alles funktionieren. Und dann muss ich die komplette Tafel Schokolade essen. Das heißt, ich muss ihr sofort irgendwie nahe kommen und ich werde ihr dann sehr schnell meine Liebe gestehen und ich will sie nochmal sehen. Und wenn sie mir nicht antwortet, dann muss ich ihr nochmal schreiben und nochmal schreiben und ich schreibe ihr so eine lange Nachricht. Und sie antwortet nicht. Und oh Gott, ich will es richtig machen. Und sie antwortet nicht mehr. Dann gebe ich ihr jetzt nochmal ein Kompliment, weil ich will ja, dass sie weiß, dass ich es ernst meine bei ihr. Und dann verkackst du alles, weil du eben gerade in so einem Hungerzustand bist. Die Perspektive, aus der du das gerade auch gesagt hast. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Das ist halt alles egoistisch. Ich, 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 ich. Ich muss ihr zeigen, dass ich ganz besonders Interesse an ihr habe. Also das ist ja auch, also ich weiß selber noch, so, dass ich damals so gedacht habe. Und das warst du wahrscheinlich auch so aus Teilnehmersicht. Hast du jetzt gerade auch natürlich diese Rolle eingenommen. Aber wahrscheinlich war es bei dir damals genauso. Aber die Gedanken, das weiß ich ganz genau, waren bei mir. Ich muss ihr mehr zeigen, wie toll ich bin. Ich muss ihr mehr deutlich machen, dass ich sie mag. Ich muss ihr jetzt meine Liebe gestehen. Ich, 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 statt sie, statt wir. Das ist komplett, also dieses, ich muss, ich muss ihr die Liebe gestehen. Ich muss das Ganze jetzt dingfest machen und so weiter. Das ist alles komplett egoistisch, weil dein Ego, im übertragenen Sinne, jetzt gerade die Tafel Schokolade essen muss. Weil es nicht weiß, wann es das nächste Mal wieder Essen gibt. Sprich, im übertragenen Sinne, wann das nächste Mal eine Frau nett zu dir ist. Deswegen musst du jetzt sofort alle deine Energie in diesen Korb legen. Alle deine Eier in diesen Korb legen, entsprechend. Und komplett egoistisch. Und das ist das Problem, warum halt so viele nach Jahrzehnten harter Arbeit, also diese harte Arbeit halt auch, hart an meinem Erfolg Arbeit und so weiter, warum sie dann ausbrennen? Warum sie dann irgendwie dann auch aufgeben? Oder sagen, ich verstehe die Frauen einfach nicht, ich ziehe einfach in den Wald und bin Selbstversorger. Das ist komplett egoistisch, weil wir Menschen nicht als Selbstversorger geboren sind. Jeder, der Selbstversorger von Natur aus war in der Evolution, der hat sich nicht vermehrt. Das heißt, diese Gene sind nicht in deinem Genpool. Das heißt, du bist nicht Selbstversorger. Das ist alles eine komplette, wie sagt man, Ignoranz von dem, was du eigentlich willst. Du gehst halt ins gegenteilige Extrem. Also es ist die Überkompensation. Du willst, willst, willst und stellst dann fest, dass du nicht bekommen kannst, auf die Art und Weise, wie du es versuchst und denkst dann, okay, dann gehe ich halt in die Überkompensation und sage, ich brauche halt gar nicht. Und beides ist halt, beides ist nicht wahr. Du willst auch nicht. Das ist, du glaubst, dass du das willst. Aber, also du glaubst, dass du jemanden, jemanden unbedingt brauchst und du glaubst, dass du auch unbedingt jemanden, also dein Ziel jetzt erreichen willst und musst und so weiter. Weil, warum? Weil dein Ego dir sagt, Zeitdruck, du bist schon 30, 40, 45, 50, keine Ahnung, wie alt du bist. Egal, ich habe auch mit 22 gedacht, okay, langsam, langsam fährt der Zug hier aber ab oder wie man so sagt oder langsam schließt sich das Tor oder so. Mit 22 habe ich das gedacht. Damals, zu Beginn meiner Reise. Und, das ist so, so bekloppt einfach, weil es ist völlig egal, wir haben so viele Männer bei uns im Coaching über die letzten 10, 12, 13 Jahre gehabt, die über 50 waren, auch über 60. Und die haben nicht, also die haben einfach natürlich auch das Gefühl gehabt von, okay, jetzt ist der Zug schon langsam abgefahren oder wie man das halt auch immer gerade sagt, Sprichwörter mit Andi und Dominik. So, aber, aber sie haben es dann trotzdem gemacht. Sie haben trotzdem gesagt, okay, ich höre einfach nicht auf diese Stimme, dass der Zug abgefahren ist und es gibt zig Geschichten von Männern, die ihren zweiten, dritten Frühling erlebt haben, die halt über 55, 60 waren. Du bestimmst alleine, nicht dein Ego, du bestimmst, ob der Zug abgefahren ist. Richtig, ja. Die, die geilsten Storys sind ja, sind ja diejenigen, wo, wo alle anderen Menschen ihnen sagen, okay, bei ihm ist jetzt, ist es besonders schwierig, ne, aber wenn die dann halt trotzdem rocken, wie der Attila, der mit 42 entjungfert wurde nach kurzer Zeit bei uns im Coaching oder der Florian, der Anfang 30 jetzt auch entjungfert wurde und jetzt direkt schon das nächste Mal hatte und die, die sich der Frau richtig cool annähert. Männer in ihren 30ern, die das, ihren ersten Kuss hatten, Sebastian Giacomo, gibt so viele, die ihren ersten Kuss hatten jetzt im Coaching. Die Zeit, die, die rennt dir nicht weg. Die Zeit, die schleicht so vor dir hin. Hier, hier ist, hier ist, was du einfach realisieren musst, mein Lieber. Diese Angst, die du hast, die hast du nicht, weil sie ein Teil von dir ist. Die ist dir nicht angeboren. Die hast du, weil sie dir jemand gegeben wurde. Die hast du, weil jemand sie dir in den Schoß gelegt hat. Jemand hat dir diese Angst gegeben, weil dieser Mensch selber Angst hatte. Dieser Mensch war irgendeine Obrigkeit, als du noch klein warst oder mehrere Obrigkeiten, die selber nie das Leben so gelebt haben, wie sie es gerne gehabt hätten. Deswegen, ich beziehe mich immer wieder auf das Buch von Bronnie Ware, Dinge, die sterbende Menschen bereuen. Solltest du dir unbedingt mal durchlesen. Und weil so viele Menschen, weil die meisten Menschen ihr Leben lang vor sich hinsiechen und zum Schluss dann halt bereuen, dass sie nie ein Leben nach ihrem eigenen Design gelebt haben, lassen sie es dann halt an anderen Leuten aus. Und das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Weißt du, wenn wir nicht das Potenzial gelebt haben, was wir eigentlich hatten, dann können wir entweder akzeptieren, dass wir versagt haben, das zu akzeptieren, das wirklich zuzugeben. Da gibt es ganz viele Schutzmechanismen, die das nicht leicht machen. Oder wir sagen, nee, es war ja eh nie möglich. Das heißt, wir verschieben jetzt das Tor. Wir haben zwar nicht getroffen, aber wir sagen nicht, es ist mein Fehler, weil ich daneben geschossen habe. Nee, nee, wir verschieben einfach das Tor und sagen, guck, es ist so weit weg, ich hätte nie treffen können. Oder wir wollen Tore schießen verbieten generell. Oh ja, richtig. Und dann sagen wir, das Spiel ist unfair. Du solltest gar nicht erst Fußball spielen, weil es ist unfair. Da kann man nicht verlieren. Und jeder, der spielt, ist ein Idiot. Ja. Und das ist, was Leute machen. Sie wollen dir dann einreden, dass es super schwer sei und in allen Belangen, in allen Belangen. Sie verarschen dich, weil sie selber sich verarschen müssen und du bist dann halt, ja, du bist dann leider am kürzeren Hebel, weil du klein bist, weil du zuhörst, weil du denkst, ach, okay, krass, das macht man nicht und das ist schwer und hier ist ein Risiko und lieber auf Nummer sicher gehen und okay, hier darf man nicht Leute stören und das stört dich und okay, dann mache ich mich immer kleiner und ich mache mich immer kleiner und unscheinbarer und ich will einfach nur gefallen. Ich will einfach nur, ich will einfach nur nicht auffallen und ich will, dass, wenn ich auffalle, dass ich alles richtig mache. So, dann werde ich nicht angeschrien, dann werde ich geliebt und es macht mich schon traurig, allein so zu reden. Also, diese Einstellung bringt uns nicht vorwärts, die hält uns an genau dem Level, wo wir sind. Keiner darf über sich hinauswachsen. Du musst da schön unten bleiben, bleib da unten, wo ich mein Leben lang war, damit du ja nicht besser wirst als ich, weil wenn du best, wenn du krassere Sachen erreichst und du das Leben lebst, das du schon immer leben wolltest und die Frauen kennenlernst, die du kennenlernen wolltest, das würde ja bedeuten, dass ich das auch die ganze Zeit hätte machen können oder dass ich nicht mit dieser Schreckschrulle zusammen hätte sein müssen für 50 Jahre und eine miserable Ehe geführt habe und ich aber zusammengeblieben bin, weil bis der Tod euch scheidet. okay und aus diesem Frust heraus wollen sie nicht zugeben, dass du recht hast, dass es noch eine andere Alternative gibt, dass du tatsächlich Auswahl haben kannst bei der Wahl von Frauen, dass du nicht die Erstbeste nehmen musst, so wie er das gemacht hat, sondern dass du dir einen Zustand aufbauen kannst, in dem du mit Leichtigkeit mit Frauen reden kannst, flirten kannst, da muss nicht immer irgendwas passieren, ist total okay zu flirten und das wirklich prozessorientiert einfach nur aus des Flirtens willen, weil es Spaß macht zu flirten, ohne was zu bekommen. Immer wieder in den Kommentaren sind so viele Leute, die sagen so, hä, warum soll ich mit Leuten, mit Frauen flirten, wenn ich nichts dafür bekomme, bist du bescheuert? Ja, ich bin bescheuert. Ich bin bescheuert. Bei mir funktioniert es nicht. Bei dir funktioniert es ja offensichtlich. Wenn du ergebnisunabhängig einfach flirten kannst, dann kannst du auch in dem Moment, wo es drauf ankommt, ergebnisunabhängig flirten. Und dann, siehe da, klappt es mit der Frau, wo es drauf ankommt, die du eben auch überzeugen willst, weil du es dann nicht mehr so sehr musst, weil dein ganzer Körper so drauf getrimmt ist, in Leichtigkeit, in Lockerheit, ohne dass irgendwas gut passieren muss, perfekt laufen muss, dass es nicht schief gehen kann. Ah, scheißegal, dann geht es halt schief. Und du bist einfach so locker damit, dass es dann auch einfach besser klappt. und die Chancen stehen viel höher, dass es dann auch klappt. Und dann kannst du auch Frauen nein sagen und verabschieden und selber derjenige sein, der sagt, du, das passt leider nicht zwischen uns. Dann kannst du derjenige sein, der nach einem Date, wenn die Frau dann sich komisch verhält, ihr das halt sagt, du, hey, ich bin nicht so der Typ, der das gerne so Spielchen spielt. Vielleicht passt das nicht mit uns und wenn das der Fall ist und ich habe dich falsch eingeschätzt, dann gehen wir besser getrennte Wege. Und das sagen zu können, obwohl sie heiß ist, obwohl sie einen geilen Körper hat oder was auch immer du dir da vielleicht denkst, sondern eben deswegen zu sagen, ey, genau weil sie so geil ist und ich trotzdem zu meinen Werten stehe, bin ich halt umso stolzer auf mich, weil ich stehe halt zu meinen Werten belanglos, ob ich jetzt irgendwas verpasse. Du verpasst nichts. Du verpasst, im schlimmsten Fall verpasst du ein Leben an Alimenten und einen Ehestreit um das Sorgerecht dieser Tochter oder des Sohnes, dass du nicht gewinnen wirst, weil sie höchst manipulativ ist. Alter, da hast du doch nichts verpasst. Im Gegenteil. Wir haben so viele Geschichten, genau. Ja, Mann. Und damit von unseren Teilnehmern. Also das ist wirklich, wirklich so ein großer, großer Schmerz der Männer in ihrem Leben. Und das ist so wichtig, dass du die Entscheidung am Anfang triffst, zu sagen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und diese Freiheit in dir zu spüren, die kommt halt nur mit der Auswahl. Die kommt mit der Auswahl natürlich im Außen, aber halt auch besonders mit der Auswahl im Inneren, weil du lernst, weil du spürst, dass du gut genug bist, dass du nicht jeden Almosen vom Universum aufheben musst, sondern du für das Gute im Leben bestimmt bist. Jeder einzelne, jeder einzelne Mensch ist für das Gute im Leben bestimmt. Jeder einzelne Mensch ist wertvoll. Und du bekommst keinen Preis am Ende des Lebens, dass du richtig gut dein Licht unter den Scheffel gestellt hast, dass du richtig gut dich klein gemacht hast, dass du richtig gut die Almosen aufgehoben hast, dass du das richtig gut gemacht hast, dass du das richtig gut gelitten hast. Interessiert niemand. Niemand interessiert es. Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, dass wir alle lernen, egal ob Männer, ob Frauen, egal ob jung, ob alt. Jeder darf es lernen, sollte es lernen. Also da wechsle ich gerne ins Müssen. Weil du hörst es auch an unserer beiden Leidenschaft hier heute in dieser Episode. Wir müssen es lernen, als Mensch auf diesem Planeten, egal auf welchem Teil des Planetens wir leben, dass wir in Fülle leben. Und dass die Fülle aus uns herauskommt. Weil es ist einfach nur die Art und Weise der Wahrnehmung. Weil wenn du mal schaust, du hast vielleicht mal einen schlechten Tag. Denk an den schlechtesten Tag, den du jemals hattest und du gehst raus und auf mal fängst es an zu gewittern, zu regnen, in Strömen zu regnen. Und der erste Gedanke, der dir in den Sinn kommt, ist wahrscheinlich, ach scheiße, na toll, jetzt regnet es auch noch. Du wirst richtig angepisst, deswegen. Aber jetzt überleg dir mal das letzte Mal, als du richtig verliebt warst, weil es schon mal war. Einige von unseren Zuhörern waren es leider noch nicht, deswegen flirtanalyse.de. Lass uns das ändern. Aber jetzt überleg dir mal so an, erinnere dich an den Tag, wo du mal so richtig verliebt warst. Und da warst du mit dieser Person unterwegs und auf mal fängt es an, in Strömen zu regnen. Das ist der gleiche Regen. Aber es ist doch die Art und Weise, du wirst dann nicht sagen, ach scheiße, jetzt regnet es. Wir hatten so einen tollen Tag miteinander, scheiße, jetzt regnet es. Wirst du nicht sagen. Du wirst sagen, ach guck mal, jetzt regnet es, ist völlig egal, lass uns im Regen tanzen. Lass uns das Beste aus dem Regen gerade machen. So was wirst du sagen. Und der Regen ist der gleiche, die Umstände im Leben sind die gleichen. Aber die Art und Weise, wie du darauf reagierst, das ist der fundamentale Unterschied und das kommt aus dir. Und du hast am eigenen Leib Millionen Mal in deinem Leben gespürt, wie unabhängig du eigentlich bist. Wie du selber entscheiden kannst, wie du deine Realität wahrnehmen möchtest. Wie du selber entscheiden kannst, wie dein Leben aussehen möchte. Aber an den wichtigen Punkten im Leben, dann wenn es um die Entscheidung geht, irgendwie mit welcher Frau du ein Date haben möchtest, ob du eine Frau und welche Frau du ansprechen möchtest, vielleicht sogar, welchen Job du haben möchtest, da ist Unabhängigkeit auch mal nur so ein Konstrukt, so eine Fantasy wie Herr der Ringe oder was. Dann ist das nicht real. Hör mal. Du bist schon, du bist viel stärker, als du eigentlich bist. Du bist viel mächtiger, als du glaubst. Ja. Und wenn dich andere Leute nicht so sehr geliebt haben, dir die Wahrheit zu sagen, dann ist es jetzt dein Job, dich selber mehr zu lieben und dir selber die Wahrheit zu sagen, ich kann das. Ich will das. Ich brauche das nicht. und genau deswegen werde ich es auch machen. Und diese Selbstliebe, die du dir jetzt, die du dir jetzt geben brauchst, mein Lieber, weil sie andere vielleicht dir nicht geben konnten, weil sie so sehr Angst hatten, dass wenn sie dir diese Freiheit schenken, dass sie dann selber in den Spiegel blicken müssten und erkennen müssten, fuck, ich bin ja selber der Versager. Jetzt ist es dein Job, ist dein Job, mein Lieber. Es tut mir leid, aber wir müssen halt, wir müssen halt die Scheiße aufschäffeln, die unsere Generation vor uns geschafft haben. Das heißt aber nicht, dass die alle schlechte Sachen gemacht haben. Wir dürfen sowas von dankbar sein für die Arbeit, die unsere Generation vor uns gemacht haben. Wir stehen auf den Schultern von Giganten. Also die Zweifel, die Leute gehabt haben mussten, als sie nicht mal wussten, ob ihr siebtes Kind die Cholera überleben wird oder ob der nächste Bürgerkrieg gleich um die Ecke steht. Diese Zweifel, die haben wir ja im Westen einigermaßen überwunden. Also ich meine, zum Glück, zum Glück, so, da sind wir ja dankbar für. Du kannst wählen gehen. Das sind Privilegien, die endlos viele Generationen Dafür wurde gekämpft. Dafür wurde richtig gelitten. Ja, man. So, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Aber es ist halt noch nicht alles perfekt und diese letzten Ängste, die gibt es halt noch. Und es ist halt wie Pareto-Prinzip. Die ersten 80 Prozent, die sind schnell zu erreichen, weil da brauchst du nur 20 Prozent des Energie-Inputs. Aber die letzten 20 Prozent, da musst du halt 80 Prozent des Energie-Inputs geben, um halt nur noch 20 Prozent Ergebnis zu erzielen. Die letzten 20 Prozent. Das ist das Pareto-Prinzip. Kannst du mal googeln. Und diese letzten 20 Prozent, vielleicht befinden wir uns ja schon da. Wir sind gerade in der friedlichsten Periode der Weltgeschichte, der aufgezeichneten Weltgeschichte ever. Es gibt mehr Wohlstand als jemals zuvor. Es gibt, die Weltgesundheit hat einen viel höheren Index als jemals zuvor in der aufgezeichneten Geschichte. Es gibt so viele Dinge, die immer noch gemacht werden müssen. Ungerechtigkeit. Sklaven. Ja, es gibt immer noch, auch heutzutage gibt es immer noch Sklaven. Das ist echt irre. Es gibt immer noch Ungerechtigkeit. Es gibt immer noch Dinge, für die wir kämpfen müssen. Aber Alter, es ist schon so viel besser, als es mal war. und aufgrund dieser Tatsache kannst du dir sagen, ja, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass ich zum Arzt gehen kann. Ich kann zum Arzt gehen. Das ist jetzt, das ist schon mal beiseite geschoben. Was ich jetzt zusätzlich noch lernen darf, ist, wie ich mit Frauen umgehe. Und das ist echt nicht die Welt. Und es erscheint sauschwer, weil das Ego im Kopf dir sagen will, es ist peinlich, sowas zu lernen. Das müsstest du schon können. Es ist schwer, sowas zu lernen, weil dir die Obrigkeiten gesagt haben, das macht man nicht, das darf man nicht, das gehört sich nicht und so weiter. Und du deswegen lauter Filterregeln im Kopf hast, von wegen, oje, oje, das darf ich nicht und das ist respektlos und das und das sollte ich nicht. Dabei realisierst du nicht, dass du ein mega attraktiver, gütiger König bist, dass alles in dir steckt und dass du einer Frau 100% auch den Hof machen kannst, wenn du es auf eine unabhängige Weise machst, dass du so auch die Richtige finden kannst, mit der du den Rest deines Lebens zusammen sein willst und die dich ehrt und schätzt und respektiert und die für dir an deiner Seite steht. Diese Person, die gibt es, die gibt es plural, ist nicht nur eine Person, es gibt viele Potenziale dieser Partnerinnen, aber um sie zu finden, diese Person, die dir so gut tun wird, entweder ist sie selber gerade schon so weit entwickelt, dass sie erkannt hat, dass sie es wert ist, jemanden zu finden, der genauso weit entwickelt ist wie sie, jemand, der es auch erkannt hat, dass er es wert ist, dass er auch diese Selbstliebe hat, den Anspruch zu sagen, ich werde mich nicht mit der Erstbesten zufrieden geben und das heißt, diese Menschen, die werden dann auch zueinander finden, aber wenn du dieser Mensch noch nicht bist, dann kannst du diese Frau noch nicht finden, dann musst du dich halt erst mal dahin entwickeln. Oder sie ist einfach noch nicht da, sie ist noch nicht so weit und wenn sie noch nicht so weit ist, dann kannst du sie trotzdem finden und ihr könnt gemeinsam wachsen. Also ist ja nicht gesagt, dass du schon, dass du alles an dir verbessern musst, bis du diese Person findest, das ist Quatsch, du kannst auch jetzt schon die richtige Frau finden, aber, aber, es ist ein Prozess und wenn du bei der Erstbesten alle Hoffnung in sie reinsteckst, jetzt habe ich sie hoffentlich, immer wieder Männer, die bei uns reinkommen ins Coaching und dann finden sie die Frau innerhalb von zwei, drei Wochen, mit der sie dann zusammen sein wollen und wir sagen, Alter, mega geil, ich freue mich für dich, aber wisse, was du gerade tust, ist etwas heikel, denn du musst diese Entscheidung aus Unabhängigkeit heraustreffen, nicht weil du insgeheim hoffst, dass du jetzt nicht mehr arbeiten musst an deinen Fertigkeiten und an deiner Beziehung und dass du jetzt einfach nur noch alle deine Aufmerksamkeit auf sie lenkst und jetzt wieder denselben Fehler machst, den du schon hundertmal gemacht hast. Dadurch verlierst du sie. dass Ego einen schnellen Ausweg hat, weil Coaching ist ja was extrem Unkomfortables, also nicht, weil unser Coaching unkomfortabel ist, sondern wir versuchen es dir so leichtherzig und spaßig wie möglich zu gestalten und Veränderung ist ein leichtherziger und spaßiger Prozess, andererfalls lernen wir gar nicht, aber weil das Ego halt die Expansion nicht mag, es mag halt nicht das Unbekannte und daher lieber schnell, schnell wieder die nächste Frau, die nächste Frau, die irgendwie dir schöne Augen macht in Woche zwei, drei oder sowas, weil du halt schon lernst, sozial zu sein, die nächste Frau, die dir irgendwie schöne Augen macht, schnell in eine Beziehung verwickeln und den Coaches sagen, hier, guck mal, hat eine Beziehung, um dann halt nach einem Jahr wieder zu kommen und zu sagen, ja, war vielleicht doch nicht das Richtige, ich war vielleicht doch noch nicht so unabhängig nach zwei Wochen. Klassischer Fall, klassischer Fall, immer wieder. Das ist okay, also wir verlangen das ja auch gar nicht von dir, wir verlangen ja, also wir sprechen hier von emotionaler Unabhängigkeit, ganz oft, aber niemand und du auch selber von dir solltest nicht verlangen, also ganz nochmal unterstreichend, und wir verlangen das nicht von dir, niemand verlangt von dir, dass du irgendetwas perfekt machst, dass du emotional unabhängig bist, das Einzige, was wir von dir verlangen und was du von dir verlangen solltest, wenn du entsprechend dich weiterentwickeln möchtest, ist, dass du einfach jeden Tag dein Bestes gibst und wie das auch immer aussieht am Tag, was auch immer das Beste an diesem Tag ist, gib das Beste. Jo, du musst verstehen, dass Frauen doch genauso unsicher sind wie wir. Ja, sie haben andere Unsicherheiten manchmal. Ja, sie haben eher den Vorteil, dass, weil viele Männer ihr Angebote machen, dass sie eher auswählen können. Cool, aber aufgrund dessen sind sie auch darauf eintrainiert, dass sie eben immer an zweiter Stelle wählen, sie wählen dann eben die Interessenten aus, aber sie sind nie diejenigen oder selten, das ist zumindest das Mindset, was viele haben, dass sie nicht das Gespräch beginnen können bei jemandem, wo sie Interesse haben. Viele machen das auch, viele machen das auch, aber es ist immer noch eher der Fall, dass die Frau erwartet, dass der Mann den ersten Schritt macht und weil das tendenziell eher der Fall ist, hast du einen so viel größeren Opportunitätsschatz als die meisten Frauen, die halt einfach nur die Männer dann wählen, die dann auf sie zugehen. Da sind so viele unzählige Möglichkeiten für dich, unglaublich viele. die Richtige zu finden ist sowas von möglich und es ist nicht so, als ob die Frau nicht auch da sitzt und auch zweifelt, ob sie gerade Stuss erzählt, wenn sie sich mit dir trifft. Sie weiß selber nicht, was sie in fünf Jahren mit ihrem Leben machen wird, in zehn Jahren und in 15 Jahren. Wenn sie dich fragt, und wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren und dann weißt du nicht, was du sagen sollst oder du hast das Gefühl, ich habe noch nicht meine Mission gefunden, dann ist das okay, Alter. Das ist bei den meisten Menschen so. Ja, die Zweifel, die du hast, die hat sie auch. Und zu realisieren, dass sie genauso wie du gerade nervös ist, gibt dir so viel Leichtigkeit und Entspannung. Diese Erkenntnis, die bekommst du allerdings, die bekommst du vielleicht, wenn du mir zuhörst, aber die bekommst du erst, wenn du es mal erlebt hast und es auch mal gefragt hast. Ich habe auf einem Date mal einfach Frauen gefragt, bist du gerade nervös oder du siehst aus, als ob du gerade ein bisschen nervös bist. Und dann haben mir Frauen gesagt, ja, bin ich. Ja, bin ich. Warum denn? Schau dich doch mal an. Und Frauen haben mir gesagt, dass ich sie nervös mache. What the fuck? Ich mache sie nervös? Welt explodiert, weil ich gedacht habe, ich habe einen Grund, nervös zu sein. Sie ist wunderschön. Ich habe den Grund, nervös zu sein. Was soll sie denn nervös sein? Sie wird begehrt. Nein, Mann. Gute Jahren gefallen dafür, dass sie sich mit ihr trifft und so weiter. Das ist ja das Mindset dahinter. Ja, ja. Oh, nee. Nicht so. Und die schöne Seite jenseits dieses Horrors und dieser Hölle, in der du jetzt gerade manchmal denkst zu sein, ist nur ein paar Meter weiter. Dieser Lichtblick ist schon da. Wenn du einfach mal dich umdrehst und wegguckst von dem ganzen Bullshit, der jetzt gerade dir sagt, dass du das nicht kannst, dass du es nicht wert bist und du dann die Frau auch mal beachtest, die dir vorher nie aufgefallen wäre und du ihr einmal Aufmerksamkeit schenkst und du vielleicht jemandem Hallo sagst oder das Gespräch beginnst mit jemandem, an dem du kein sexuelles Interesse hast und du bist leichtherzig und du gibst etwas und du bist für sie in diesem Moment das, was sie gerade brauchen. Vielleicht gibst du ihnen in diesem Moment etwas mehr Hoffnung. Du gibst ihnen Leichtigkeit. Du machst Scherze. Du lächelst sie an. Du zeigst ihnen Freude. Du gibst das, was du selber gerne hättest und dann kommt es an unerwarteten Stellen wieder zurück. Dann kommt es auch zurück bei der Person, wo du eigentliches Interesse hast. Aber den Schritt, mein Lieber, das erfordert Vertrauen. Vertrauen auf den Prozess. Jetzt einfach mal loszulegen und nicht die ganze Zeit wie so ein, ja, wie so, ne, wie Sid, der unbedingt eine Haselnuss braucht. Du darfst sie nicht verlieren. So, deswegen geht es halt alles schief im Leben von Sid. So, weil er diese Haselnuss nicht verlieren kann. Ein Mindset. Auch wenn dieser Begriff so ausgelutscht ist, Mindset, aber weißt du, daran arbeiten wir eben an verschiedenen... Einstellung. Attitude. Ja, daran arbeiten wir eben aus verschiedenen Blickrichtungen. Und es sind so viele Männer, die damit Erfolg haben, mein Lieber. Du, wir haben hunderte von Männern auf ihrer Reise unterstützt. Hunderte. So viele von ihnen haben jetzt Beziehungen. So viele von ihnen leben jetzt in Freiheit und haben sich die Frau ausgesucht und besprechen sogar mit der Frau ihre Bedürfnisse ganz klar aus. Auch wenn sie zum Beispiel das Bedürfnis haben, noch andere Frauen kennenzulernen. Dann können sie das ansprechen. Weißt du, wie viele Männer das bei der Frau ansprechen, dass sie dieses Bedürfnis haben? Das ist komplett unrealistisch gewesen, bevor sie mit dem Coaching angefangen haben. Komplett. Niemals könnte ich mir sowas vorstellen. Aber jetzt sprechen sie es einfach ganz offen an. Und weißt du was? Es gibt so viele Frauen, die dafür offen sind. Es ist nicht das, was du brauchst. Es ist vielleicht nicht mal das, was du willst. Aber ich sage dir nur, es gibt Möglichkeiten. Dieses, das geht nicht, das macht man nicht. Das ist, was ich meine. Diese Einstellung, die kam immer von außen. Die sind nicht ein Teil von dir. Wenn du wirklich eine Monogabebeziehung willst, dann wird dich diese Unterhaltung nicht triggern. Dann wirst du sagen, okay, ja cool, jedem das seine. Ich brauche das nicht. Und du bist entspannt. Und dann glaube ich es dir auch. Aber wenn du halt sagst, was, nein, das macht man nicht und so weiter, das ist doch respektlos. Ah, da ist was. Da ist was versteckt. Eigentliches Bedürfnis, was du versuchst, runterzudrücken. But anyway, jedenfalls, meine Lieben, ich muss jetzt langsam los. Dominik und ich haben vorhin schon gesagt, wir haben heute ein bisschen einen tighten Schedule. Ich muss nämlich jetzt gleich mit meiner Partnerin zur Tanzschule. Wir müssen nämlich unseren Hochzeitstanz noch einmal proben. Denn am Wochenende, am Samstag, heirate ich. Und, ja, mein Lieber, ich habe diese Frau ausgewählt, nachdem ich mich auf eine Reise begeben habe, viele Frauen kennenzulernen. Und, dass ich zehn Jahre gewartet habe, hier einen Antrag zu machen, ist, denke ich, ein recht großer Indikator dafür, dass ich eine wohlüberlegte Entscheidung treffen wollte und mir sicher bin. Und ich möchte, dass du das auch kannst. Musst du nicht mal zehn Jahre warten. Ich wollte halt auf richtig Nummer sicher gehen oder ich wollte halt einfach nur diese Erfahrungen sammeln. Aber, ich freue mich auf dieses neue Lebenskapitel. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Kommt in die Flirt-Type- und Charisma-Analyse, www.flirtanalyse.de, der Link ist auch in der Beschreibung. Und dann können wir miteinander reden, wie auch du das schaffen kannst und du deine Partnerin in ein paar Jahren vielleicht sogar heiratest. Here we go. Das wird auch schön. Also, war vorsichtig, hab eine schöne Woche. War vorsichtig. Bis dann.